So und jetzt ist endlich der große Tag da. Heute beginnt unser CSU-Parteitag. Wir sind hier jetzt mal im Foyer, wo die Aussteller sind und wir werden heute auch hier die Eröffnung stattfinden lassen. Dazu schauen wir mal kurz auf die Bühne. Wir haben nämlich zum einen hinter uns die Bildschirme, auf denen wird nachher auch die Eröffnung des Parteitags erscheinen. Es werden zum einen diejenigen mitbekommen, die hier sind, die zu Hause an den Fernsehschirmen sind, aber auch diejenigen, die uns selbstverständlich im Internet verfolgen wollen. Und wir schauen mal hier, haben wir unser iPad. Hier ist der Facebook-Auftritt der Christlich-Sozialen Union. Ich finde es sehr schön, dass Facebook auch die CSU-Farben übernommen hat. Und hier wird nachher dann unser Parteivorsitzender unseren Parteitag eröffnen. Und jetzt viel Spaß. Neben mir steht jetzt der Bezirksgeschäftsführer der CSU in Oberfranken, der Reinhold Roth. Reinhold, du bist jetzt schon sehr früh angereist. Du wirst wahrscheinlich für deine Delegierten noch mal die besten Plätze erspähen wollen. Worauf freust du dich am meisten am Parteitag? Auf eine gute Stimmung, auf ein gutes Miteinander, auf eine Aufbruchsstimmung für die nächste Zeit. Und dass man viele Freunde und Kollegen wieder trifft, die hier zum Parteitag kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017